Die Frage nach dem Befinden Mögliche Antworten auf die Frage Wie geht es dir heute? Mir geht es gut. Danke. Wie geht es dir heute? Ich bin sehr glücklich. Wie geht es dir heute? Ich bin froh. Wie geht es dir heute? Ich bin zufrieden. Wie geht es dir heute? Es geht so. Wie geht es dir heute? Ich bin müde. Wie geht es dir heute? Ich bin genervt. Wie geht es dir heute? Ich bin traurig. Wie geht es dir heute? Ich bin erstaunt. Wie geht es dir heute? Untertitelung des ZDF, 2020